Großenauswahl an gebrauchten Audi-Modellen, Deckneustraße, Elfstraße, Leberstraße. Keine Leute haben Sitzung gemeldet, wenn ihr irgendwas nicht denkt, ich habe damit, du ruft uns an, schickt mir WhatsApp, gerne auf eine Sprachnachricht an die 393, 393, vielen Dank. Wird präsentiert vom Stadler, Deutschlands größte Ratauswahl, am Leuchtenbergring neben Einstein. Das ist wieder so typisch, ich erzähle euch die ganze Zeit, ich hoffe ihr habt die Sonnenbrille dabei und ich habe sie natürlich nicht dabei. Obwohl ich es hätte wissen müssen, dass wir die heute gut gebrauchen können, bei 15 Grad Top-Werten und Sonnenschein von früh bis spät. Am Anfang erreicht die Top-Werte, morgen der Donnerstag, der Dienstag, das ist eigentlich Donnerstag, ja, weil Donnerstag und Dienstag haben wir 25 Grad, ja, das sind die schönsten Tage der Woche. Morgen bei 12 Stunden Sonnenschein. So, und jetzt, für die ganze Arbeitswoche, Osterwochenende steht an, kleiner Tipp am Rande von mir, ich habe am Wochenende Osteier geferbt, ich war zu faul, Habtue anzuziehen, Ich habe die Farbe überall und sie geht auch nicht weg, macht es besser als ich. Und jetzt ein schönes, äh, sonniges, äh, nachmittags Kaffeeklatscheil für euch mit Sally und wir ziehen jetzt am Stück. Macht euch bereit! Es geht wieder los! Es geht wieder los! Es geht wieder los! Es geht wieder los. Es geht wieder los. Es geht wieder los. Das ist k�n-drücksekt. Das heißt, wir müssen eine Plastur, die diese Kfulane zurückgehen. Ich habe eine Plastur durch die Angele geöffnet Dauber, die ich gerade mit jedem einer Rettung auf. Die Leute gerade sind, die zu einer K clothes-drucke, die KS-Bautel und die Beineleid, die wir hier nicht soeben, die auch mit Schuss aufzulie haben. Die K funny sind wir nicht mehr zurückgehen. Wenn sie in der Krieg sind, dann hier haben sie in der Krieg geflüchtig. Also schon haben sie da. Das ist der Krieg. Das war ja. Das war's. I need someone who needs me. I need someone who needs me. I've been thinking about when I'm no longer around where you remember me. Cause it was 17 years ago that my father left this world. This is the end of the year. This is the end of the year. See you later.